Ich bin Liv, ich habe das Event mit organisiert und mit moderiert. Und ich war 2019 selber das allererste Mal bei JugendHack dabei, als Teilnehmende und organisiere jetzt im Frankfurter Team JugendHack mit. Ja, und ich bin Rainer, ich war auch hier im Orga-Team und habe die Teilnehmenden und die Mentorinnen hier so ein bisschen auch mit Liv zusammen durchmoderiert. Manchmal gab es ein paar Programmpunkte, wo dann hier die Stage befüllt war mit Teilnehmenden und auch ihren Mentorinnen. Und was ganz cool war, ich weiß nicht, wann ihr das das letzte Mal hattet, vielleicht können wir das kurz einschieben. Wisst ihr noch, wie es sich anfühlt, wenn so ein Raum einfach laut ist und klatscht? Ansonsten, genau, einmal für euch selber. Super. Hatte ich lange nicht mehr, das ist irgendwie, und wahrscheinlich viele Leute hier auch nicht. Ja, das stimmt. Bevor wir mit der Präsentation anfangen, und ich glaube, alle Gruppen können schon kaum noch warten, euch lieben Gästen die Projekte vorzustellen, gibt es ein paar Regeln, die wir einmal besprechen müssen. Es gibt hier einmal, also wenn ich hier stehe, sieht man mich im Stream. Sobald ich hier stehe, dürfte man mich im Stream nicht mehr sehen. Das hier ist die Zone für die Jugendlichen, die nicht gerne gefilmt werden möchten, und wir bitten euch, das auch zu respektieren. Es ist total normal, dass ihr vielleicht von euren Kindern Fotos machen wollt, aber da bitte darauf achten, dass die Jugendlichen, die hier stehen, nicht mitfotografiert werden. Genau, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist noch, dass wir alle Leute bitten, im Publikum die Maske aufzusetzen. Wir wissen, es ist super heiß, genau, aber wir hoffen einfach, dass das mit Corona hier alles gut läuft. Genau, bis jetzt hat es alles super, super funktioniert. Alle Teilnehmenden haben es geschafft, die Maske das ganze Wochenende super gut zu tragen. Also da ist mein vollster Respekt. Ihr habt das super, super gemacht, ihr habt euch super getestet jeden Morgen. Vielen Dank dafür nochmal von uns, dass ihr es uns so leicht gemacht habt. Ja, vielen Dank an euch. So, und jetzt nochmal, wer sind wir eigentlich? Liv und ich und viele aus dem Orga-Team, alle aus dem Orga-Team, kommen von Digitale Welten. Wir sind das Jugendprogramm von dem Notverein, der Notverein für Förderung für digitale Kultur hier in Frankfurt. Und unsere Kooperationspartner und Förderer sind zum einen das Kommunale Bildungswerk und das Jugendsozialamt der Stadt Frankfurt. Und dann haben wir noch die Goethe-Universität und das hessische Landeszentrum für politische Bildung. Genau, und wir haben auch Sponsoren. Das ist zum einen die DENIC, wir hatten hier so ein bisschen DENIC-Merch, so ein paar Schals. Schals bei der Temperatur natürlich nicht so ganz gefragt. Ja, das, genau. Aber leider ist der Smarties-Spender defekt gewesen. Der war immer sehr beliebt. Und, aber vielleicht nächstes Jahr wieder. Genau. Oh, ach so. Wir sind hier in St. Peter. Das war unsere Austragungsstätte auch letztes Jahr schon, allerdings nur digital. Da waren wir nur als Orga-Team hier. Und, genau, denen wollten wir einfach auch nochmal danken, hier mit der Folie. Das war super toll, hier mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und, genau, das lesen wir auch nochmal gleich auf, wer das war. Sorry. Wir dürfen noch nicht weiter. Wir dürfen nicht sprechen. Genau, St. Peter hat uns hier wirklich total viel ermöglicht. Ich habe zum Beispiel heute Morgen hier diese Farben gemacht. Das sind die offiziellen Jugendhekt-Farben, eine. Wir sind dieses Frankfurt-Lila. Ich habe es versucht, so gut wie möglich hinzukriegen. Das andere sind andere Städte, oder das Hellblau ist das offizielle Jugendhekt-Hellblau. Die anderen Farben habe ich ausgesucht, weil ich fand, sie haben gut dazu gepasst. Genau.